Sind wir allein? Auf der Suche nach außerirdischem Leben beobachten wir die Sterne. Doch die Wahrheit ist nicht irgendwo da draußen, sondern hier. Seit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt sich die britische Regierung mit dieser Frage. In den Archiven des Verteidigungsministeriums liegen tausende Berichte über UFO-Sichtungen, von denen einige bis heute ungeklärt sind. Nach Jahrzehnten der Geheimhaltung wurden die Akten nun freigegeben. Zum ersten Mal kommt die Wahrheit über britische UFOs ans Licht. Ein Fastzusammenstoß in der Luft. Ich kann wirklich nicht sagen, was es war. Eine Begegnung im Zweiten Weltkrieg. Ich rede nicht gern darüber, nur mit engen Freunden. Ein unbekanntes Objekt auf dem Radar. Und neue Beweise in einem der populärsten UFO-Fälle, dem Waliser Roswell. Könnte man beweisen, dass auch nur ein UFO außerirdischen Ursprungs ist, würde das die gesamte Weltansicht der Menschen fundamental verändern. Viele ungeklärte Geschehnisse lassen uns darüber im Unklaren, ob es da draußen Leben gibt. Was sind drei beliebte Suchbegriffe im Internet? Zwei dürften keine Überraschung sein. Aber auch UFOs regen die menschliche Fantasie an. Sie haben es geschafft, Untersuchungen durch die Regierung und Vertuschungsaktionen nach sich zu ziehen. Nick Pope, der ehemalige britische UFO-Beauftragte, weiß ganz genau, wie ernst UFO-Sichtungen von den britischen Behörden genommen wurden. Von 1952 an sollte eine kleine feste Einheit UFO-Phänomene erforschen und untersuchen. Und tatsächlich gab es von den 50ern bis 2009 ein kleines UFO-Projekt des Verteidigungsministeriums. Pope trug in den 90ern etliche Akten zu den Tausenden bei, die das Ministerium über die Jahrzehnte anhäufte. Nun, da sie aus der Versenkung geholt werden, erzählen wichtige Zeugen der UFO-Sichtungen ihre Geschichte. UFO-Experten, Skeptiker und UFO-Gläubige offenbaren, was das britische Verteidigungsministerium bisher verheimlicht. Dr. David Clark war einer der ersten, der das Ministerium zur Freigabe der Akten drängte. Wenn man sich die Akten durchliest, stößt man auf Unmengen seltsamer Dinge, die die Leute am Himmel sahen, direkt über den britischen Inseln. Es gibt absolut keinen Zweifel daran, dass da irgendetwas war. 6. Januar 1995. Zwei erfahrene Piloten einer Boeing 737 melden auf dem Weg von Mailand nach Manchester einen Fasszusammenstoß. Dass dabei ein unbekanntes Flugobjekt beteiligt ist, lässt die Behörden aufhorchen. In den Akten des Ministeriums werden etliche Ereignisse beschrieben, in denen es um Fasszusammenstöße zwischen Flugzeugen und UFOs geht. Der beeindruckendste Bericht stammt von der Crew einer Boeing 737. Sie waren kurz vor einer Wolkenbank. Die Sicht war ansonsten gut. Plötzlich bemerkte der Co-Pilot ein Objekt, das wie ein beleuchteter Weihnachtsbaum aussah. Was zur Hölle? Es war so nah, dass sich der Co-Pilot instinktiv duckte. Aber das Objekt zischte vorbei. Er fragte den Kapitän, ob er es auch gesehen hätte. Dieser Bejahte. Die Piloten funken sofort den Tower in Manchester an. Flugzeugcrews haben einen Ruf zu verlieren. Es klingt nie gut, wenn es heißt, Piloten hätten fliegende Untertassen gesehen. Deswegen war es umso interessanter, dass sich diese Crew sofort nach der Landung dazu entschied, eine offizielle Erklärung abzugeben, die eine ausführliche Untersuchung durch die Luftfahrtbehörde nach sich zog. Zum ersten Mal zeigen die Akten, wie ein außergewöhnliches Ereignis eine groß angelegte Untersuchung auslöst. Ermittler Anthony Booth leitet die Aktion. Es war ungewöhnlich, denn das war der einzige Fall in meinen sieben Jahren in der Abteilung, bei dem ich es jemals mit UFOs zu tun bekam. Wir sprachen mit beiden Piloten. Wir gingen die Radaraufzeichnungen durch, die Aufnahmen des Stimmenrekorders und des Funkverkehrs mit dem Tower in Manchester. Wir prüften alles, das irgendwie Licht in die Sache bringen konnte. Die Piloten möchten heute nicht öffentlich darüber sprechen. Doch die Akten geben Preis, was sie Anthony Booth damals erzählten. Ich schaute auf den Blendschutz vor mir. Plötzlich fing etwas in meinem peripheren Sichtfeld meinen Blick. Das Objekt hatte viele kleine weiße Lichter, wie ein Weihnachtsbaum. Es flog sehr schnell. Die Entfernung war schwer einzuschätzen, aber es war sehr nah. Es gibt ein Transkript des Gespräches zwischen dem Kapitän und dem Tower-Lotsen. Hier ist Speedbird 5061. Gerade ist etwas sehr schnell über uns hinweg geflogen. Manchester antwortete sofort. Auf dem Radar ist nichts. War es ein Flugzeug? Es hatte Lichter. Es flog schnell ans Steuerbord vorbei. Manchester fragte, über euch? Ja, knapp über uns. Der Lotse riet, ihnen die Augen offen zu halten, aber sie sahen nichts mehr. Es muss sehr schnell gewesen sein. Okay. Nun ja. Die Flugverkehrskontrolle in Manchester empfing kein Radarsignal. Das erscheint Radarexperte Doug Robb merkwürdig. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Aktivität unentdeckt bleibt, ist sehr gering. Die Gegend wird von mehreren Radaren überwacht und jede Bewegung dürfte registriert worden sein. Dennoch wurde nichts beobachtet. Warum gibt es keine Radaraufzeichnungen? Die Akten zeigen, dass die Ermittler und Piloten alle Möglichkeiten in Betracht zogen. Vielleicht ein Drachenflieger? Nachts? Reiner Selbstmord. Drachenflieger werden vom Radar nicht registriert. Ein Komet? Glaube ich nicht. Ein Meteor könnte beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre registriert werden, wenn das Radar auf ihn gerichtet ist. Militär? Vielleicht. Aber dann hätte ich es erkannt. Und wir sind hier beim Flughafen, da hätte das Radar angeschlagen. Spionageflugzeug? Sah nicht so aus. Tarnkappenflugzeuge werden von normalen Radaren nicht erkannt. Auch sie fliegen nicht dort herum, wo Leute sie sehen könnten. Und ganz sicher nicht bei Verkehrsflugzeugen. UFO? Sei nicht alberhaft. Keine Ahnung. Die Piloten lügen nicht. Sie hatten ein seltsames Erlebnis und können es nicht einordnen. Aus den Akten geht hervor, dass die Möglichkeit militärischer Aktivität ernsthaft in Betracht gezogen wurde. Doch dafür gab es keine Beweise. Solch ein Flug ist nahe einem internationalen Flughafen sehr unwahrscheinlich. Aber was war es dann? Die Akte zu diesem Fall, die seit 1995 im Ministeriumsarchiv einstaubte, wurde nun endlich freigegeben. Bei diesem Vorfall kamen wir zu keinem definitiven Ergebnis. Wir sollten eine Risiko-Ursachen-Analyse liefern. Aber leider waren weder Risiko- noch Ursache analysierbar. Risikograd und Ursache nicht analysierbar. So was liest man nur selten in einem offiziellen Bericht über einen Fasszusammenstoß. Im Grunde heißt das, wir haben keine Ahnung. Was die Kollegen wohl sagen? Die werden ihren Spaß haben. Am Ende der Untersuchung waren sich die Ermittler einig, dass beide Piloten zweifellos ein Objekt gesehen haben, das wichtig genug war, um einen Bericht zu verfassen. Leider blieb die Identität des Objekts ungeklärt. Über außerirdische Aktivität zu spekulieren, liegt nicht im Zuständigkeitsbereich der Ermittler, sondern obliegt denen, die sich in ihrer Freizeit damit beschäftigen. Doch aus Ermangelung einer Antwort haben einige Ufologen wie Nick Pope noch offene Fragen. In meinen Augen war die Sache sehr ungewöhnlich. Uns dürfte allen klar sein, dass der Begriff UFO nicht automatisch auf Aliens verweist. Aber irgendwer, ob jetzt der Pilot, der Co-Pilot, die Ermittler oder jemand vom Verteidigungsministerium, brachte Außerirdische ins Spiel. Ich kann wirklich nicht sagen, was es war. Ich weiß nur, dass wir nicht annehmen können, alles zu wissen. Es gibt vielleicht Dinge, von denen wir keinen blassen Schimmer haben. Die Ermittlungen zum Manchester-Fall zeigen, wie ernst das Verteidigungsministerium unerklärbare Sichtungen nahm. Beim UFO-Desk landeten jahrzehntelang Berichte von Piloten. Sie handeln teilweise von Sichtungen während des Zweiten Weltkriegs. Und in einigen Fällen wurden sie als so bedeutend eingestuft, dass sich gleich die Regierungsspitze darum kümmerte. Die seit kurzem freigegebenen UFO-Akten bestätigen, was viele Experten ahnten. Die britische Regierung untersuchte bereits seit dem Zweiten Weltkrieg ungeklärte UFO-Sichtungen. Ich rede nicht gern darüber. Nur mit engen Freunden, die auch im Krieg Piloten waren. Frühling 1944. Großbritannien flog gerade heftige Bombenangriffe gegen Deutschland, als Gerüchte von seltsamen, unbekannten Bomben zur Kommandoleitung drangen. Da man die Objekte als Bedrohung für die öffentliche Moral ansah, wurde befohlen, sie geheim zu halten. Bernhard Dye sah einige dieser merkwürdigen Objekte. Das ist mein persönliches Kriegstagebuch. Ich lese jetzt einen Eintrag vor, den ich am 26. April geschrieben habe. Operation Essen. 300 Flugzeuge bombardierten Essen. Dann notierte Dye eine außergewöhnliche Beobachtung. Unbekannte Objekte, die ich nur als rote Feuerbälle beschreiben kann. Zum ersten Mal spricht Bernhard Dye vor laufender Kamera aus, was in jener Nacht geschah. Wir verließen das Zielgebiet und flogen zurück zu unserer Basis in Mildenhall. Wir flogen über Frankreich und alles wirkte friedlich. Plötzlich sah ich drei Feuerbälle von unten heraufkommen und informierte unseren Piloten Arthur Horton per Funk. Einige Sekunden später entdeckte der hintere Schütze Brian Harper zwei weitere rote Feuerbälle. Arthur war natürlich beunruhigt. Das konnten ja Kampfflugzeuge sein. Aber ich sagte, nein, das sind Feuerbälle, die auf uns zukommen. Ich sagte zu Arthur, Ausweichmanöver. Korkenzieher, Steuerbord, los, los, los. Wir waren über 480 kmh schnell. Das Flugzeug zitterte stark und sie folgten uns immer noch. Der Pilot machte sich Sorgen, dass die Triebwerke überhitzten. Unser Ingenieur Dave fragte, was ist mit den Triebwerken? Aber er bekam nur als Antwort, scheiß auf die Triebwerke, gib Gas! Oder so ähnlich. Es klang auf jeden Fall ruppig. Wir von der Crew hatten ziemlich Schiss. Nach einer kurzen Strecke wurden die 5 roten Objekte langsamer und dann verschwanden sie einfach in der Dunkelheit unter uns. Wir kamen sicher ans Ziel. In Mildenhall wurde jede Crew von Geheimdienstmännern befragt. Sie lachten uns aus, was den Piloten auf die Palme brachte. Er blaffte den Ermittler an. Sie würden nicht so blöd grinsen, hätten sie mit uns im Flugzeug gesessen. Wofür hielt Bernard Dye die Objekte? Ich wusste nicht, was ich denken sollte. Aber ich hielt sie für eine neue Waffe, die die Deutschen erfunden hatten. Bernard Dye ist nicht allein. Auch andere Flieger-Crews des Zweiten Weltkriegs meldeten Sichtungen. Mindestens eine dieser Berichte wurde geheim gehalten. Und der Befehl dazu kam von ganz oben. Damit keine Informationen durchsickerten, ordnete Premierminister Churchill eine 50-jährige Aktensperre an. Nach mindestens 50 Jahren Geheimhaltung soll ein zukünftiger Premierminister über die Einstufung der Akte entscheiden. Churchills Befehl betraf eine Sichtung, die eine britische Flieger-Crew gegen Ende des Zweiten Weltkriegs auf dem Rückflug von einem Aufklärungseinsatz über Deutschland machte. Mein Großvater war bei einem Gespräch über das Erlebnis einer Flieger-Crew dabei. Aus den Akten des Ministeriums geht hervor, dass der Bericht vom Enkel des Bodyguards von Churchill stammt, der bei einem Gespräch zwischen dem Premierminister und General Eisenhower, dem obersten Befehlshaber der alliierten Streitkräfte, zugegen war. Das Ministerium sollte bestätigen, ob der Bodyguard bei dem Gespräch zwischen Winston Churchill und Eisenhower tatsächlich dabei war. Denn bei der Unterhaltung soll es um einen mysteriösen Vorfall gegangen sein. Eine Royal Air Force Crew hatte auf einem Aufklärungsflug ein metallenes Objekt neben ihrem Flugzeug entdeckt, das ihnen eine Weile folgte und sich sehr merkwürdig verhielt. Sie nahmen an, dass es sich um ein deutsches Flugzeug oder irgendeine neue Art von Nazi-Flugmaschine handelte. Auch ein leitender Flugzeugexperte war zugegen. Er schloss eine Bombe aus, da Bombenier Tempo nicht an das eines Flugzeugs angleichen und dann wieder beschleunigen können. Churchill war das alles suspekt. Eine weitere Person warf die Möglichkeit eines UFOs in den Raum. Da entschied Mr. Churchill, dass die Sache ab sofort geheim zu halten sei. Doch in der Akte steht noch mehr. Eine Zeile macht besonders deutlich, wie viel Angst Churchill vor der Reaktion der Öffentlichkeit hatte, sollte die UFO-Sichtung jemals publik werden. Der Vorfall muss zur Geheimsache erklärt werden, weil er Massenpanik verursachen und den Glauben an die Kirche zerstören würde. Die Akten enthüllen außerdem, dass Churchill es nicht zum ersten Mal mit UFO-Sichtungen zu tun hatte. 1912 wurden über den Werften von Sheerness in Essex mysteriöse Lichter gesehen. Winston Churchill war damals erster Lord der Admiralität und musste vor dem Parlament zugeben, den Vorfall nicht erklären zu können. Die Akten zeigen, dass sich Churchill selbst nach dem Krieg noch für seltsame Sichtungen interessierte. Nach den Sichtungen von Washington im Jahre 1952, die große Schlagzeilen machten, erwachte Churchills Interesse erneut. Er schrieb an den Außenminister. Wo soll das Gerede über fliegende Untertassen hinführen? Was steckt dahinter? Was ist die Wahrheit? Lassen Sie mir bald einen Bericht zukommen. Bis jetzt wusste Fliegerschütze Bernard Dye nicht, dass es während des Zweiten Weltkriegs noch andere Sichtungen gegeben hat, die Churchill geheim halten wollte. Wir zeigen ihm die freigegebenen Akten. In dem Bericht steht genau das, was wir in jener Nacht erlebten. Ich wusste zwar nicht, dass man ihm davon berichtet hat, aber das ist keine Überraschung. Schliesslich passierte all das in den Kriegsjahren. Und offenbar wurden ja auch noch andere Objekte beobachtet. Es ist interessant, dass im Verlauf der 1940er Jahre etliche Flieger-Crews Sichtungen meldeten. In den Nationalarchiven lagern viele Akten der Royal Air Force, in denen sie detailliert beschrieben sind. Raketenphänomene werden sie da genannt, aber erklärt werden konnten sie nie. Als später deutsche Piloten befragt wurden, erzählten die von ähnlichen Beobachtungen. Sie dachten aber, es wären Geheimwaffen der Alliierten. Was also sahen die Flieger-Crews? David Clark hat seine eigene Theorie. Man ging davon aus, dass sich die Crews teilweise geirrt hatten. Sie erwarteten Feindeinwirkung, da war der Adrenalinspiegel entsprechend hoch. Ob nun UFO oder nicht, die Befehlshaber versuchten verzweifelt, die Sichtungen vor der Öffentlichkeit geheim zu halten. Die nächste Akte zeigt, dass die Regierung selbst Jahrzehnte später noch panisch auf UFOs reagierte. Viele Ufologen glauben, dass die Pitt-Lockery-Akte eine der bedeutendsten UFO-Verschwörungen der jüngeren Zeit beschreibt. Sie beinhaltete Fotos eines unbekannten Objekts, das über einem abgelegenen schottischen Tal schwebt. Die Fotos wurden dem Verteidigungsministerium geschickt, verschwanden aber auf mysteriöse Weise. Der Journalist Mark Pilkington verbrachte Jahre mit der Suche danach. Die Pitt-Lockery-Fotos aus den Ministeriumsakten stammen vom 4. August 1990, als zwei Zeugen in der Nähe von Calvin und Pitt-Lockery angeblich ein großes, diamantenförmiges Flugobjekt für etwa 10 Minuten in der Luft schweben sahen. Sie machten sechs Fotos davon. Das Objekt soll von zwei weiteren Flugobjekten begleitet worden sein, die das Ministerium später als Harrier identifizierte. Der Name des Fotografen wurde nie bekannt. Er schickte die sechs Fotos an die schottische Zeitung Daily Record. Doch die Zeitung brachte die Story nie. Stattdessen schickte sie die Bilder ans Verteidigungsministerium. Das Ministerium machte Abzüge, die seitdem ebenfalls verschwunden sind. Den Akten zufolge schickten sie die Original-Negative zurück an den Daily Record, der die Story unerklärlicherweise nie druckte und die Fotos nie veröffentlichte. Offenbar gab die Redaktion die Fotos an die beiden Männer zurück, deren Namen leider aus den Akten gelöscht wurden. Das alles ist sehr merkwürdig. Einzig eine Kopie der angeblichen Fotos ist noch in der Akte enthalten. Ufologen stellten später Nachbildungen her. Nick Pope hatte jedoch die echten Fotos in der Hand, als er noch britischer UFO-Beauftragter war. Sowohl der Geheimdienst als auch das Militärarchiv analysierten die Bilder eingehend und kamen zum selben Ergebnis. Nämlich, dass es sich um ein reales Objekt mit einem Durchmesser von 25 bis 30 Metern handelte. In einem Meeting mit einem Kollegen vom Geheimdienst diskutierte ich die Sache ausgiebig. Das war eindeutig ein Fall für das Verteidigungsministerium, denn das war Technik, über die wir nicht verfügten, aber haben wollten. Das Ministerium verharmlost die Sache. Es gab eine Anweisung vom Verteidigungsministerium, welche Maßnahmen zu ergreifen wären, wenn es die Fotos in die Zeitungen schaffen. Dann sollte geäußert werden, dass man das Objekt auf den Fotos zwar analysiert habe, aber dennoch zu keinem Ergebnis gekommen sei. Sollten die Medien Druck ausüben, waren die Mitarbeiter angewiesen zu sagen, alle eingegangenen Sichtungsberichte seien sofort an die zuständigen Abteilungen weitergeleitet worden. Pope hatte eine vergrößerte Kopie des Fotos an seiner Bürowand, bis sein Vorgesetzter sie persönlich entfernte. Jemand meinte, es könnte der Prototyp eines geheimen amerikanischen Spionageflugzeugs gewesen sein. Daraufhin war sich mein Referatsleiter so sicher, dass es sich um eine geheime Drohne handelte, dass er das Bild beseitigte. Wir wissen aus den Akten, dass intern viel darüber diskutiert wurde, ob die Amerikaner neuartige Spionageflugzeuge hatten oder nicht. Und wenn, warum sie dann britischen Luftraum verletzten. Mark Pilkington glaubt, dass die damaligen Geschehnisse die Fantasie der Leute beflügelten. Das war nur zwei Tage nach Ausbruch des Golfkrieges. Viele Flugzeuge starteten Richtung Nahe Osten. Großbritannien diente dabei als eine Art Zwischenstopp und Startrampe. Das Verteidigungsministerium sorgte sich um die Reaktion der Öffentlichkeit, genau wie Churchill 40 Jahre zuvor. Initiierte nun auch das Ministerium eine Vertuschungsaktion? Möglicherweise hat das Ministerium die Fotos vernichtet. Vermutlich, weil sie dachten, da wäre ein amerikanisches Spionageflugzeug drauf, von dem wir lieber nichts wissen sollten. Oder sie wollten sich nicht die Blöße geben, zuzugeben, dass in unserem Luftraum Dinge herumfliegen, die schneller und wendiger sind als alles, was wir haben. Und dass wir nicht erklären können. Dennoch sollten wir uns in Erinnerung rufen, dass all diese Diskussionen auf einem sehr unscharfen Schwarz-Weiß-Bild beruhen. Am Ende hat es ein Kind hingekritzelt. Mark Pilkington sucht noch immer nach den originalen Fotos, um herauszufinden, was es damit auf sich hat. Doch sechs Jahre später löst eine weitere UFO-Sichtung, diesmal an der britischen Ostküste, eine groß angelegte Militäruntersuchung aus. Und stellt den Verteidigungsminister vor eine Herausforderung. 1996 versetzt ein UFO über Ostanglien das Verteidigungsministerium in Aufruhr. Neben der Polizei kommen auch Küstenwache und Luftwaffe zum Einsatz. Und der Verteidigungsminister erhält einen empörten Brief. Ich bin besorgt über einen Vorfall, der sich kürzlich über der Küste Ostangliens zutrug. Dort wurde ein UFO gesichtet. Warum wurden keine Jagdflugzeuge eingesetzt? Diese größte UFO-Panik aller Zeiten nahm in einer ruhigen Oktobernacht an der britischen Ostküste ihren Anfang. Die erste Meldung kam von den Polizeibeamten. In den frühen Morgenstunden sahen wir ein seltsames, rotes und grün rotierendes Licht am Himmel, südöstlich von Skagnes. Es schien sehr weit oben zu sein, direkt über der Flussmündung. Die Polizisten meldeten die Beobachtung ihrer Dienststelle. Ich gab die Sache sofort an die Wache durch. Der Wachtmeister benachrichtigte die Küstenwache, die er für zuständig hielt. Wir bekamen etwa 3.15 Uhr einen Anruf von der Polizei in Skagnes, weil sie in südöstlicher Richtung ein Licht entdeckt hatten. Wir wussten nicht, worum es sich dabei handelte. Wir benachrichtigten sofort die nächsten Radarstationen. Der Anruf geht in Nettishet ein, dem wichtigsten Luftverteidigungszentrum Südenglands. Eines der Radare empfing ein Signal, das sich nicht identifizieren ließ. Könnten das Radarsignal und das seltsame Licht, das die Polizei gesehen hat, zusammengehören? Panische Anrufe der Bevölkerung gehen ein. Nein, es ist keine Invasion. Schiffe sollen nach merkwürdigen Lichtern Ausschau halten. Dann antwortet ein Tanker. Wir sehen Lichter über der Mündung. Das kam von der Kono Coast, die sich etwa hier befand. Um 3.15 Uhr morgens klettert Wachtmeister Leyland auf das Dach der Polizeistation, um die Lichter zu filmen. Das Ergebnis sind fünf Minuten Film, in denen ein einziges weißes, unbewegliches Licht zu sehen ist. Die Nachricht von der Sichtung verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Das Transkript des Gesprächs zwischen der Küstenwache, der Polizei und der Tanker-Crew sickerte irgendwie zu den Medien durch. Plötzlich war von einem großen UFO-Vorfall die Rede, in den sich sogar der örtliche Abgeordnete einmischte. Die Angelegenheit geriet so in Fahrt, dass der Lokalabgeordnete Martin Redmond begann, schwierige Fragen zu stellen. Martin Redmond sagte, bei euch sehen Polizisten UFOs, Luftwaffenoffiziere orten sie auf ihren Radaren und trotzdem schafft ihr es nicht, Flugzeuge hochzuschicken. Das ist eine Kopie des Briefes, den Redmond an den Verteidigungsminister Michael Portillo schrieb. Hier steht, ich bin sehr besorgt über einen Vorfall, der sich kürzlich über der Küste Ostangliens zutrug. Dort wurde ein UFO gesichtet, was uns von mehreren Militärradarstationen bestätigt wurde. Ich würde gern wissen, worum es sich dabei genau handelte. Doch am meisten sorge ich mich darüber, mit welcher Schludrigkeit man sich dieser Angelegenheit widmet. Er ist also wirklich nicht zimperlich mit dem Ministerium. Die Royal Air Force war daraufhin natürlich nicht gerade erfreut. Die Akten zeichnen ein chaotisches Bild. Der Brief bewegte das Ministerium zu einer Untersuchung, die die Zurückhaltung der Royal Air Force erklären sollte. Doug Robb war in jener Nacht Einsatzleiter. Wir zeigen ihm die Ergebnisse der Untersuchung, sie überraschen ihn nicht. Das sind die Radaraufzeichnungen, die in der Nacht über Boston gemacht wurden. Das Radar hat ein Objekt registriert. Es bewegte sich nicht und war an Land. Nach der Untersuchung entschied man, dass es sich um einen Kirchturm gehandelt haben musste, den sogenannten Bostonstumpf. Er wird in den Akten erwähnt. In Pilotenkreisen ist der Kirchturm als Bostonstumpf bekannt. Er erscheint unter bestimmten Bedingungen manchmal auf Radaren. Das aber war etwas ganz anderes als die weißen, unbeweglichen Lichter, die die Polizisten und die Tankercrew gesehen hatten. Der Bericht endet, sehr zu Redmans Verdruss, mit folgendem Fazit. Der Einsatz von Jagdflugzeugen sei nicht gerechtfertigt gewesen. Ich hätte aus 320 Kilometern Entfernung Hochgeschwindigkeitsjets anfordern müssen. Für ein stationäres Objekt an Land. Wo war denn da die Bedrohung? Wenn das Radar tatsächlich eine Kirche registrierte, was haben dann die Polizei und die Tankercrew gesehen? Das Filmmaterial wird genauestens geprüft. Vermutlich ein weit entfernter Himmelskörper. Das Ministerium schickte das Material zur Analyse an das Königliche Observatorium von Greenwich. Der Ergebnisbericht schmurte seit 1996 unter den Aktenbergen des Verteidigungsministeriums. Ufologe und Astronomie-Experte Ian Ritpath kennt den Fall und das Polizeivideo. Wenn man sich den Film anschaut, sieht man einen hellen weißen Lichtpunkt, der einfach nur da ist und nichts macht. Ich denke ja, dass auch die glaubhaftesten Zeugen sich mal irren und einen hellen Himmelskörper mit einem Ufo verwechseln können. Sehr oft wird beispielsweise die Venus verwechselt. Man nennt sie sogar die Königin der Ufos, weil sie am Nachthimmel, nach der Sonne und dem Mond das hellste Objekt ist. Er meint auch, die Farben der Lichter erklären zu können. Wenn die Kamera sehr oft ranzoomt, wird das Bild irgendwann komplett unscharf. Dann verändern sich die Lichter, was in Wirklichkeit aber nur an der Kamerablende liegt. Doch das erklärt noch nicht, was die Tankercrew gesehen hat. Die Untersuchungen des Ministeriums ergeben, dass das Licht nicht in Richtung Venus lag. Die Ermittler sind ratlos. Die Lichter bleiben ungeklärt. Doch Ian Ritpath glaubt, dass es eine Lösung gibt. Das Objekt, das die Tankercrew im Norden gesehen hat, war eventuell ein heller Stern namens Vega, der auch mehrfarbig zu blinken scheint. Ufologe David Clark ist skeptisch. Er glaubt, dass der Vorfall nicht grundlos zu einer so großen Angelegenheit wurde. All das passierte 1996, als Akte X extrem erfolgreich im Fernsehen lief. 1996, 1997 gab es seit 1978 die meisten UFO-Meldungen. Ist der Fall Ostanglien damit abgeschlossen? Oder kommen noch mehr Rätsel zum Vorschein? Genau wie beim Walliser Roswell, dem größten aller britischen Fälle, der sich einfach nicht schließen lassen will. 1974 erlebten in Nordwales tausende Menschen eine gewaltige Erderschütterung und sahen Lichter vom Himmel fallen. Einige Ufologen sind überzeugt, dass ein UFO abstürzte und dieses, sogenannte Walliser Roswell, seitdem vertuscht wird. Ein Riesenknall, als ob das Haus einstürzt. Alles hat gewackelt. Ich dachte, das ganze Haus stürzt über meinem Kopf zusammen. Vom Berg kamen Lichter, da drüben. 24. Januar 1974, 21.50 Uhr. Fünf weißglühende Objekte kreuzten den Himmel. Jetzt wurden neue Informationen freigegeben, die das Rätsel aber nur noch vergrößern. Als einer der Hauptzeugen im Bourbon-Fall wird Hugh Lloyd genannt, damals 14 Jahre alt. Kurz nach 20.30 Uhr bemerkt Hugh's Familie das gewaltige Erdbeben, das sie in Angst und Schrecken versetzt. Fast 40 Jahre später erinnert sich Hugh daran, als wäre es gestern gewesen. Es gab einen dumpfen Aufprall und dann fing die Erde sofort an, stark zu beben. Das Licht flackerte und im Fernsehen gab es plötzlich nur noch Schnee. Wir hatten richtig Angst und wussten nicht, was los war. Enoch meinte, das muss eine Explosion gewesen sein. Dann klingelte das Telefon. Das waren unsere Nachbarn, die wissen wollten, ob wir es auch gemerkt hätten. Nach etwa 20 Minuten klopfte es an der Tür. Guten Abend. Guten Abend. Ein Polizist stand draußen. Er sagte, es hat anscheinend einen Flugzeugabsturz gegeben. Wir bräuchten euren Land Rover, um zur Unfallstelle zu fahren. Ich war ja erst 14, also sagte ich, Enoch, dann fährst du am besten. Wir fuhren etwa 800 Meter den Berg rauf, verließen dann den Weg und hielten an. Wir stiegen aus und leuchteten mit den Taschenlampen. Es war sehr still und wir konnten nichts sehen. Nehmt jeder eine Lampe. Einer der Männer sagte, hier ist nichts. Es ist zu still. Ich sehe auch nichts. Es hat keinen Sinn, weiter zu suchen. Also gingen wir zurück zu den Autos. Und dann sahen wir dieses strahlende weiße Licht. Was ist das? Am anderen Ende des Tals, genau hinter den Bäumen, etwas weiter links, im Tal zwischen diesen beiden Bergen. Es war ein sehr helles, weißes Licht, das vom Boden nach oben strahlte. Aber die Quelle konnten wir nicht ausmachen, denn die lag im Tal, wo wir sie nicht sehen konnten. Es sah nicht nach einem Flugzeugabsturz aus. Das Licht war zu hell, als dass es von einem Feuer hätte stammen können. Es war auch nur kurz zu sehen, vielleicht 20 Sekunden. Sie suchen weiter. Doch von einem Absturz keine Spur. Was war das für ein Licht? Ufologe Andy Roberts erforscht diesen Fall seit Jahren. Obwohl er skeptisch ist, gibt er zu, dass den Vorfall eine gewisse Mystik umgibt. Auch kennt er eine weitere, wichtige Zeugin. In einem nahegelegenen Dorf namens Randerwell gab es eine Krankenschwester namens Pat Evans. Sie bemerkte die Explosion und dachte sich, dass sie mit ihrer medizinischen Ausrüstung bei einem Flugzeugabsturz helfen könnte. Pat Evans und ihre beiden Töchter waren zum Zeitpunkt der Explosion etwa sechs Kilometer von Hugh Lloyd entfernt. Was ist das? Vielleicht ein Flugzeug? Sie nahm ihre beiden Töchter und fuhr mit ihnen 10, 15 Minuten lang, in der Erwartung, ein brennendes Flugzeugwerk zu entdecken. Auf dieser Straße war sie unterwegs. Sie kannte sie gut, hatte also keine Probleme, sich in der Dunkelheit zurechtzufinden. Sie hielt Ausschau nach dem Inferno, doch dann erblickte sie zu ihrem großen Erstaunen weit hinter den Hügeln einen riesigen Ball aus rotem, weißem und orangem Licht. Was sie da erblickt, ist zu weit weg, um es zu Fuß zu erreichen. Pat und ihre Töchter schauen fassungslos zu, wie der Lichtball langsam pulsierend seine Farbe ändert. Sie sagte, der Ball sei halb so groß wie der Mond gewesen und um ihn herum wären Lichter von Taschenlampen und Autos gewesen. Ihr war klar, dass es sich nicht um ein abgestürztes Flugzeug handelte. Und weil bereits Leute vor Ort waren, fuhr sie nach Hause und fragt sich bis heute, was sie damals gesehen hat. Was sahen Pat Evans und Hugh Lloyd in jene Nacht? Selbst die Ermittlungen der geheimnisvollen schwarz gekleideten Herren können nicht alle Rätsel lösen. Die ungeklärten Sichtungen von Pat Evans und Hugh Lloyd im walisischen Berwin im Jahr 1974 sind nur eine von vielen UFO-Geschichten. Die vor kurzem freigegebenen Akten stiften nur noch mehr Verwirrung. Forscher vom British Geological Survey untersuchten das Erdbeben der Stärke 3,5. Unmittelbar nach dem Erdbeben gingen viele Berichte bei uns ein. Einige davon handelten von Lichtern am Himmel und auf dem Hügel. Also fuhr ich mit einem kleinen Team hin und fragte die Lokalbevölkerung, was sie mitbekommen hatten. In der Berwin-Legende werden die Mitarbeiter des British Geological Survey als schwarz gekleidete Herren bekannt. Denn sie sehen in ihren Anzügen sehr offiziell aus. Etliche Leute standen der ganzen Angelegenheit sehr skeptisch gegenüber. Sie glaubten, wir einfachen Wissenschaftler würden irgendwelche geheimen Dinger drehen. Die Akten mit Browets Aufzeichnungen enthalten auch sein Interview mit der Krankenschwester Pat Evans. Das sind die Notizen, die ich während des Gesprächs mit Pat Evans gemacht habe. Sie hat die Erschütterung gespürt, war aber auch sehr besorgt wegen des Lichts. Sie beschrieb es als großes, rotes Licht, wie glühendes, rotes Feuer. Das ist eine Kopie der Karten, die wir bei der Befragung benutzten. Wir konnten in der Karte immer ganz genau einzeichnen, wo unsere entsprechenden Interviewpartner wohnten, und konnten so zuordnen, wo die Phänomene wie ausgeprägt zu sehen und zu spüren waren. Diese Karte, die lange in der Versenkung schlummerte, ist eine wahre Offenbarung. Sie zeigt, dass die Lichter, die von Pat Evans und Hugh Lloyd gesehen wurden, gleichzeitig auf demselben Hügel auftauchten. Ufologe Andy Roberts kehrt zu dem Ort zurück, an dem Pat und ihre Töchter das UFO sahen und wo sie ihm 1998 ihre Geschichte erzählte. Als ich Pat Evans 1998 hierher fuhr und sie mir ihre Geschichte erzählte, machte ich ein Foto von ihr. Sie zeigt dahin, wo sie 1974 das Licht sah. Diesem Bild nachzuurteilen, ist die Stelle dort, wo auch die Farmer und Polizisten das Gelände durchsuchten. Pat Evans war auf der Straße von Langenuk nach Westpool unterwegs. Das ist dort hinter den Bäumen. Vermutlich hat sie das gleiche Licht gesehen wie wir. Ich bin mir eigentlich sicher, dass es so war. Die UFO-Akten versuchen, die plötzliche Explosion und die mysteriösen Lichter zu erklären. Nachfolgende Untersuchungen der Hügel haben keine Absturzstelle ergeben. Das meteorologische Büro zieht in Betracht, dass diese Sichtungen durch einen Boliden ausgelöst wurden. Also einen Meteor, der in die Erdatmosphäre eintritt und verglüht, bevor er den Boden erreicht. Eine private Untersuchung, die von der British Astronomical Society in Auftrag gegeben wurde, kam zu dem Schluss, dass der Meteor über Manchester zerfallen sein könnte und seinem Erscheinen um 20.30 Uhr ein Erdbeben in den Bergen von Berwyn vorausging, mit dem er nicht in Zusammenhang steht. Sie meinen also, dass diese beiden Dinge zufällig zeitgleich zusammenfielen. Ein verglühender Meteor und ein Erdbeben. Das wäre ein unglaublicher Zufall. Ein Meteorschauer und ein Erdbeben, die gleichzeitig passieren. Soll das eine zufriedenstellende Erklärung sein? Viele UFO-Gläubige finden das nicht. Sie glauben, dass die Akte die wichtigste Frage offen lässt. Woher kam das Licht, das Pat Evans und Hugh Lloyd sahen? Das Licht ist ein absolutes Rätsel. Ich glaube nicht an ein UFO, obwohl es natürlich ein unbekanntes Irgendwas war. Es schien auf dem Boden zu sein, also war es kein Flugobjekt. Auf jeden Fall bleibt es geheimnisvoll. Neben all dem Hype um Aliens, UFO-Abstürze und den Aussagen zu Erdbeben und Meteorschauern, haben wir die Sichtung eines großen, unbeweglichen, leuchtenden Objekts, das sich gut zehn Minuten am Boden befand. Hat sich der Börwin-Fall damit erledigt? Viele Fragen bleiben offen. In den Köpfen der Leute ist der Börwin-Vorfall noch lange nicht abgeschlossen. Einige Menschen glauben, dass die Freigabe der Akten die Öffentlichkeit ruhig stellen soll und das Verteidigungsministerium immer noch irgendeine geheime UFO-Wahrheit vertuscht. Das Verteidigungsministerium hat zugestimmt, alle UFO-Akten nach und nach freizugeben. Doch werden auch alle Geheimnisse gelüftet? Die Öffentlichkeit scheint den Glauben noch nicht aufgeben zu wollen. Für einige werden UFOs immer präsent sein. Bis wirklich mal welche landen. Es gibt Leute, die glauben, dass diese allmähliche Informationsfreigabe über UFOs die Bevölkerung auf den Tag vorbereiten soll, an dem es heißt, dass es die Dinger tatsächlich gibt. Die dicksten Menschen, die Menschen, die 저희 nur die Dinger aufgenommung. Die Haft haben. Die Dinger, die Dinger, das hombre in기가 gentlemen, in einem Wertssant pool zu beantworten. ouais, wazuchs zum 19. Untertitelung des ZDF für funk, 2017